Endlich, ich sehe mein Gewehr. Ich verfrüße es unbeschädigt, denn du musst dich um das Licht kümmern. Du wurdest entdeckt, ich wiederhole, Cole, sie kommen auf dich zu. Es hat ein paar Kratzer am Lauf, aber Abzug und der Rest sehen okay aus. Schau den Scheinwerfer und alles im Umfeld 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 aus. Na fein, wird ein often Weg. Okay, genug geplaudert. Wieder gleichzeitig. Von oben hast du gute Sicht. Geh dort hoch. Okay, ändere meine Position. In Deckung bleiben. Ruhig. Position. Mal schauen. Ich kann auf der anderen Seite sieben Pfeile zählen und die haben XM-8-Sturmgewehre. Misch sie auf. Ich bin bereit. Erste Markierung hinter Holzbau. Verstanden. Ich bin an ihm dran. Gute Arbeit. Der Nächste. Zwei Kerle stehen ideal für einen Doppelkill. 50 Dollar lassen die beiden mit einem Schuss sind. Wie war es? Feuer los! Auf dem Boden schafft das! Ere manque! Hier steht! Ereорм? Heißt? Ere? Ere ist egal. Ere? Ere Diversity. Ere? Ere ist egal. Geh da runter bevor noch mehr kommt. Benutz die Treppe. Sieh einer an. Ein Waffenversteck. Anhand der Größe würde ich denken, dass es eins ihrer Hauptlager ist. Waffen, Munition, Sprengstoff. Das muss eins ihrer größten Munitionslager sein. XM8 ruhig gestellt. Danke. Danke. Schnapp dir das C4 und platziere ein paar Ladungen. Okay, Ladungen sind platziert. Okay, lass uns abholen. Wir zünden die Ladungen, sobald wir weit genug weg sind. Beeilung! Spähe, Schau, was du findest. Das Feuerwerk. Das Höhen ist instabil sein. Es war gar nicht so viel C4. Bereits. Los, los, los. Nach rechts. Hier, durch. Lauf, links, lauf. Bereits. Wir schaffen es nicht. Längst. Reilung. Spring. Beweht deinen Arsch, Anderson. Oh, scheiße. Schneller. Hier, Cole. Bei mir. Links. Hier. Andere Richtung. Front cela ist abhängig. Schlappe. rechts. Jetzt kommt abhängig. Schlapp. Racer, auf! Wir schicken ein Angriffsteam, das hier am Zielort treffen wird. Brazor 3-2-2, hier ist Gambit-2-1. Die Taskforce ist auf dem Weg zum gemeinsamen Treffpunkt der Müller-Gerbaut. Wir könnten dann hier das taktische Unterstützung von euch gebrauchen, wenn wir mehr genafts Leute aufmischen. Verstanden? Geht klar, Gambit-2-1. Wir freuen uns schon drauf. Sind wir gerade etwas beschäftigt? Melden uns, wenn wir da sind. Deal vermasseln, vermutetes Überraschungsmoment. Bin ich der Einzige, der hier ein verdammtes Déjà-vu-Erlebnis hat? Du sagst es, aber wir müssen das Ganze in den Griff kriegen. Zumindest für Keller und seine Jungs. Das ist wohl der Moment, wo ich Hurra schreien sollte. Also wieder besseres Wissen. Hurra, Bruder! Moment. Kontakt oben auf dem Tempel, siehst du ihn? Gefahr eliminiert. Okay, lass uns weiter. Da kommt jemand schnell hinter die Säule. Der Richtige. Okay, wir rücken vor. Wir stürmen auf dein Zeichen hin. Wir warten auf dich, Kol. Bleib ruhig. Sieht übel aus. Verdammt. Wir müssen so viele wie möglich mit einem Schuss ausschalten. Check mal, ob man bei einem eine Granate offen zieht. Gute Arbeit. Greif die Letzten an. Schöner Zug. Warte, geht's. Achtung, feindlicher Heli. Unser Massenvernichtungswaffen-Fanatiker ist hinzugekommen. Der Wind wird den Piloten eine Weile beschäftigen, aber wir müssen dranbleiben. Lass uns mal schauen. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich habe einen Schlauch. Es ist eine Frage, dass die Probleme von mir zu verabschieden. Das ist wichtig, dass ich und ich sage, dass sie die Begegnung sind, aber die Möglichkeit ist, die Begegnung zu den Begegnung. Hast du in den Händen oder in den Pakistan? Nein? Nein. Ich war in Tajikistan, die ich hier verabschiede. Und wie war es? Ich weiß nicht, ich glaube, dass sie nicht mehr. Ich weiß nicht, dass ich nicht mehr wissen. Ich weiß nicht, dass ich nicht mehr wissen. Ich weiß nicht, dass ich nicht mehr wissen. Ich weiß nicht. Ich bin der Fall, ich bin der Fall, ich bin der Fall. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020